Du willst deine Klimabilanz verbessern, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? Wir zeigen dir, womit du am meisten erreichst. Konsum. Achtung, Konsumreflexe sitzen tief. Wer auf großem Fuß lebt, also viel Einkommen hat und ausgibt, hat meist auch in seinen veganen Sneakern einen großen ökologischen Fußabdruck. Wer monatlich 900 Euro für Konsum ausgibt, Essen nicht mit eingerechnet, verursacht damit durchschnittlich 8600 Kilo CO2. Ein paar kleine und große Konsumfreuden. 30 Kilo verursacht die Produktion eines Smartphones. 240 Kilo verursacht die Produktion eines Laptops. 40 Kilo verursacht es, ein Jahr lang täglich einen To-Go-Becher zu nutzen. Und 6,7 Kilo verursacht der Grillabend mit Holzkohle. Und wenn du dich nachhaltiger ernähren willst? 100 Kilo vermeidest du, wenn du hauptsächlich Bio-Lebensmittel kaufst. 180 Kilo, wenn du dich rein regional ernährst. 370 Kilo spart, wer keine Lebensmittel mehr wegschmeißt. Und 700 Kilo Einsparung bringt es, sich vegan zu ernähren. Im Grunde ganz einfach.